ich mag das ja das rampenlicht um mein herz wird immer gleich ganz warm hier oben und es riecht gut nach bühnenluft nach nervösen nerven nervenkitzel nach einem gemisch aus aufregung und etwas angstschweiß nach energie welche alle wollen nur das eine eine rede halten die dich zunächst höchst amüsiert und dann soll dich die tiefsinnigkeit treffen wie ein gekonterschlag auf den vorderkopf und sich langsam wie ein geschmack auf deiner zunge ausbreiten bitter und süß und unverfälscht also meine rede soll aufregend sein amüsant und eine botschaft haben die richtig reinhaut erraten um was es geht nein nicht um mich und natürlich auch um dich wertes publikum wertes jury wir schreiben 2018 ein jahr wie jedes andere die politik macht einen rechtsruck wir leben alternativ so alternativ dass es unsere fakten auch sind unsere news sind fake so fake wie kim kardashian 2018 reicht 90 60 90 nicht mehr arschend jetzt die neuen brüste rundungen sind richtig aber richtig falsch an den falschen stellen veganismus ist in und feminismus out naja nerven tut uns ehrlich gesagt beides 2018 reicht 90 60 90 nicht mehr unsere männer sind gentlemen also frau und diskriminierende mistkerle wir emanzipierte blonde intelligenzbestien mit herz für die umwelt mit herz für die tiere in unseren dog martens hätten wir die fleischfresser in unseren ledernen dogmaten soja granulat sei jetzt das erste wort eines zeuglings 2018 reicht 90 60 90 nicht mehr mainstream gibt es nicht mehr wir schwimmen jetzt alle gegen den strom wir haben nicht mal mehr facebook wir wissen ja wie schlimm das ist wir sind ja aufgeklärt also haben wir instagram wir haben das privileg von einem vollen kühlschrank zu stehen und darin nichts zu essen zu finden was fangen wir damit an 2018 reicht 90 60 90 nicht mehr es reicht nicht mehr es wird von mir nicht mehr nur erwartet gut auszusehen so oberflächlich sind wir 2018 nicht mehr so leicht machen wir es uns nicht mehr schule reicht uns schon lange nicht mehr hunger auf bildung haben wir seitdem models bücher schreiben also geht es nach der schule gleich weiter zum chinesisch kurs der physik olympiade oder dem rede wettbewerb dein karriere berater sagt du brauchst auch noch ein talent wenn am besten gleich drei eine steppende singende eiskunstläuferin oder ein poetischer fußballer der fünf sprachenfließen spricht um den kopf frei zu bekommen danach noch in den vita club curvy ja aber doch nicht fett es wurde morgen und es wurde abendnächster tag moment der tag ist aus nein 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 da meldet sich doch etwas zu wort ja ja was ist es das sozial leben klingeling frisch geduscht öffnest du die tür und da steht er vor dir dein bester freund mit liebeskummer heult wir wissen dass all das sich super easy vereinen lässt das stellt keiner von uns in frage wir sehen es ja in sechs staffeln gossip girl und weiteren sechs staffeln pretty little liars alles kein problem kein problem dein problem ich bin ehrlich manchmal fühlt es sich so an wie in einer triangel gefangen zu sein an der spitze befindet sich schule rechts davon freunde und links davon genug schlaf und so stehe ich zwischen den ecken denn auf mehr als auf nur eine kante kann ich nicht gleichzeitig achten also will ich aus immer wieder du auch wofür entscheidest du dich verstehe mich jetzt bitte nicht falsch ich gebe dir hiermit keine ausrede dazu dich aufzugeben im gegenteil ich verlange deine dir möglichen 100 prozent ich will dass du dein ganzes potenzial ausschöpft und die eigene prioritäten setzt für die du deine dir möglichen 100 prozent gerne gibst du hast die möglichkeit du hast die möglichkeit dazu deine dir möglichen 100 prozent für deine prioritäten zu nutzen nicht für die die uns scheinbar aufgedrängt werden oder die die du dir selbst aufzwingt ich gebe dich hiermit keine rechtfertigung dafür dich aufzugeben aber eine rechtfertigung dafür nicht immer alles auf anhieb schaffen zu müssen denn ein fehl ist in wahrheit auch nur ein first attempt in learning dein versagen solltest du nicht als mehr oder weniger sehen als genau das einen ersten schritt in deinem masterplan akzeptiere dass du mal versagt erwarte nicht von dir immer alles gleich schaffen zu müssen aber warte von dir ist immer wieder zu probieren und alle ausgänge zu akzeptieren dich für deine fehler zu respektieren sei gut zu dir eine gesellschaft besteht aus vielen kleinen ich's und wenn diese gut zu sich selbst sind können sie es auch zueinander sein miteinander gut sein 2018 reicht 90 60 90 nicht mehr und 08 15 genauso wenig wir lassen uns nicht mehr in maße zwingen 2018 nehmen wir uns samt unseren fehlern an 2018 lasst uns das privileg unserer meinungsfreiheit genießen lasst uns unsere meinung deklarieren dafür demonstrieren und wenn es nötig ist auch etwas boykottieren 2018 nehmen wir uns samt unseren fehlern an wir sind nicht 08 15 wir sind 2 0 18 mein name ist ela aber das ist nicht das was heute bei dir hängen bleiben soll sondern ein geschmack bitter und süß und unverfälscht vielen dank